Was sind die Dinge, die du kontrollieren kannst? Und wieso? Denkst du, du schaffst das besser, wenn du mich ausschließt? Erinnerung, um den Bahnhofs bedingt nur dann für mich, wenn Zusammenhänge zugehen. Verstehst du das? Der Zeitpfeil kann dich nur von der Vergangenheit in die Zukunft transportieren. Ja, seid ihr schon fertig? Keinen Toben mehr? Ich bin nicht in den Laufzug mitbringen. Überleg dir genau, was du vorhast. Denk an die Reue, die du in zwei Jahren empfindest. Alles klar. An der Rückseite liegen am Hauptstein Scherben meine Autoscheiben. Ich denke, Buck hat ein weiteres Auto geklaut, wird sich um, der hat euch bewusstlos geschlagen, in die Dusche verbrachtet und noch verschafft. Dann springt ihr aus dem Badfenster, damit der Hausmeister ihn nicht zieht, und blaut sich ein neues Auto und verschwindet. Wir haben Buck ganz das Handy in einem Müllcontainer in der Nähe gefunden. Ich denke, er hat das aber so. Ja, doch, doch. Was ist für die Verbindungstag? Ich fordere sie gerade an. Aber erstmal haben wir die letzten Nummern aus seinem Streich. Das müsst ihr euch ansehen. Pee-Pee. Pee-Pee. Das ist ganz handy.